Hallo zusammen, willkommen zur Auflösung des zweiten Advents-Rätsels. Ich hoffe, ihr habt es bis heute alle erraten. Natürlich ist die Lösung I Am Seek Of This Shit von unserem zweiten Studio-Album. Da heute nicht nur der zweite Advent ist, sondern auch Lieberhaustag, gibt es heute nicht nur eine Sache zu gewinnen, sondern vielleicht drei Sachen. Und zwar diesen wunderschönen Bierkuch zusammen mit einem Pillenputztuch und einer Mund-Nasen-Maske. Und als kleines Gully dazu gibt es noch einen kleinen Schokosalat. Und an wen das Ganze geht, das findet ihr auch oben oder unterhalb des Videos. Guck mal, wir können 20 Minuten Outtakes machen für End-Minute-Videos. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank.